Servus Freunde und herzlich willkommen hier zu unserem Motoröl spielen, ne Scherz, Federn spielen, ach Quatsch, ja, Train Mechanics Simulator, genau das spielen wir und wir haben noch zwei Aufträge hier bei den Dampflokomotiven über und zwar, in diesem Fahrzeug stört Dampf aus der Rauchkammer, kontrolliere die Rauchkammer sowie alle Rohre und Bauteile, die mit denen verbunden sind, sowie wir haben noch den Auftrag in der Lokomotive, kam es zu einer Explosion im Kessel der Kessel, sowie die umliegenden Elemente müssen aufgrund der Reparation, müssen aufgrund repariert werden, ein größerer Teil der Geräte und Rohre im Führerraum muss auch repariert werden, würde ich sagen, holen wir uns als erstes mal die hier rein, uha, da haben wir einiges vor uns, ähm, ich würde aber sagen, bevor wir das hier machen, rüsten wir noch ein bisschen die Werkstatt auf, und zwar im Bereich, Öh, Hydraulik haben wir schon komplett ausgerüstet, hier haben wir noch zu wenig Bargeld, okay, das wird dann das nächste, das wir schnell schrauben können, So, hier muss jetzt alles ab, da hilft alles nix Zum Glück hat das Ding hier zwei Seiten, ansonsten wäre es ja langweilig Zum Glück hat das Ding, ansonsten wäre es ja langweilig So, jetzt ist das schon soweit mal weg Was haben wir jetzt schon alles, wir haben den Kessel, wir haben die ganzen Rohre, das heißt, jetzt fehlt nur noch das Ganze hier drin, und hier drin ist glaube ich gar nicht mal so wenig, was ja im Arsch ist Ja, okay, da brauche ich gar nicht in den Überprüfungsmodus gehen, da sehe ich so auch was im Arsch ist Zwei Hebel sind noch nicht so ganz koscher, aber die auch sichern wir mal weg Schauen wir mal, ob wir jetzt alles haben Zwei Teile haben wir noch nicht gefunden Okay, und wo ist das zweite Ha, siehste, alles sogar beim selben Teil So, dann, jetzt geht's rein und dann heißt es wieder sehr viel reparieren So, das reparieren wir auch Rohrleitungen sind echt viel im Arsch gegangen So eine Reparatur kann noch nicht wirtschaftlich sein, wenn dir schon mal der Kessel explodiert Wir gar nicht wissen, wie viel es kostet, den Kessel zu reparieren 24.000, okay, das geht sogar noch, wenn man mir denkt, das ist ein Riesenkessel Aber im Großen und Ganzen wird die Reparatur hier beim besten Willen nicht günstig Kessel steht aber immer noch 16%, das macht mich irgendwie stutzig Weil 2.000 oder knappe 3.000 jetzt hier natürlich verschenken, weil das Spiel hier meint, ja man muss den Kessel hier nicht reparieren Wäre dann schon irgendwie arschig Bleibt bei den 16%, aber ein Kessel, der 16% hat, kann ich nicht verbauen, das sag ich euch jetzt schon Sowas verbaue ich nicht Ne, vergiss es Ähm Wenn da weg mit dem Kessel, der ist im Arsch Dann rein ins Tablet Ich würde sagen, das gehört zum Motorteil 44.000 Ja, da sprengt leider den Rahmen, aber was solltens, ich kann auch nichts machen Spiele meinte so, ja okay, du kriegst den nicht zu 100% repariert, du musst zahlen Hier ein Rohr, darunter ein Rohr Einfach viel zu viele Rohr, das ist echt schlimm hier Ich würde sagen, das war ein Rohr, das ist echt schlimm hier Ich würde sagen, dass ich es mir da genau ein Rohr Ich würde sagen, das ist mir jetzt ein Rohr, das ist mir da so dann sind wir hier draußen schon mal fertig sieht aus wie neu das ding und hier noch einiges zu montieren brauchen wir das ding hier rein der rest halte komischerweise nur auf den rohren das jetzt so intelligent ist oder nicht ist jetzt ein anderes thema aber geht mich ja auch nix an ich glaube jetzt haben wir alles ne hier noch das manometer und die leitung dazu noch oder haben wir noch ein bisschen was leitung des druckmessers fehlt noch irgendwo eine leitung vielleicht ist eine leitung vom kessler mal hier das joch rein und hier dementsprechende halterung dazu keine ahnung wo das hingehört okay wir können wir haben sogar alles also keine ahnung was mit dem ding ist ja wir schicken mal die lok hier raus dann haben wir keinen zeitbonus gekriegt dennoch 2200 lohn hier und dann würde ich sagen holen wir uns den letzten auch in den 24 rein weil dann haben wir alle 25 da geht es wahrscheinlich wieder zurück zu elektro oder zu diesellox müssen wir mal schauen kontrolliere die rauchkammer schauen wir einfach mal dann das war das war jetzt müssen wir zurück auf den kessel gehen die ganze leitungen runternehmen sordala rauchkammer da müssen wir viel demontieren die muss auch alles raus das hier auch noch weg sordala was fehlt jetzt noch wir haben die rauchkammer wir haben die rohre wir haben alles dementsprechend gehen wir rein reparieren das ding damit dass man dann wieder die haupte und das draufsetzen können sondern da noch alles bitte aber keinen fehler mehr aufweisen dass wir sehr gütig von dir so 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 dann hier unten noch ein klein wenig einsetzen weil dann sind wir nämlich vorne soweit fürs erste fertig klar wir müssen auch mal nach vorne das ist mir bewusst weil dort noch die die ganzen dinger zum anschrauben sind aber ihr wisst schon was ich meine die lichter und so lichter und signalhorn aber ja das wird uns dann auch nicht das genickbrechende einmal zurück zu schwanken so dann gehen wir hier auf den kessel dann machen wir hier das ding hoch jetzt sieht es aber schon wieder fast aus wie die nokomotive hier so dann haben wir den letzten auftrag bei den dampfloks auch schon so gut wie abgeschossen noch acht schrauben dann ist die nächste dampflok fertig dann sind wir da alle soweit repariert dann haben wir 25 aufträge hier bereits erledigt nur bei den dampfloks das ist schon eine menge ähm der ist jetzt fertig da beenden wir mal den auftrag 2000 kriegen wir jetzt müssten wir normalerweise hier ein ladebildschirm kriegen genau und jetzt bin ich gespannt wo wir drin landen vielen dank für das spiel train mechanics simulator 2017 wir sind also durch das war die letzte folge wenn dir das ganze gefallen hat wäre natürlich ein däumchen nach oben sowie ein abo ohne eine weiterempfehlung super ähm ja ich bin raus also das war's jetzt für setzplay hat mich ein bisschen gewundert aber jo trotzdem freut mich dass ihr dabei gewesen seid wenn auch mal hier irgendein content per dnc oder so kommt werde ich es euch natürlich zeigen ich bin jetzt aber raus verabschiede mich und lasse ich mit den bildern alleine ciao leute hier 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 Vielen Dank. Vielen Dank.